Jetzt spricht Kalanta Wollny über eine Gerichtsverhandlung und verrät, wie sich die Lage mit Silvia Wollny und Püppi entwickelt hat. Kontakt steht. Bei den Wollnys geht es derzeit drunter und drüber. Diesen Eindruck gewinnt man aber nicht, wenn man sich die Instagram-Profile von Silvia Wollny und ihren Töchtern Sarafina Wollny oder Estefania Wollny anschaut. Hier gibt es aktuell nämlich nur ein Thema, Werbung. Statt sich zu den neuesten Vorgängen zu äußern, verdienen sich die RTLZ-Wii-Stars lieber etwas dazu, da sich die Serie, die Wollnys, eine schrecklich große Familie, derzeit in der Drehpause befindet. Ob der Streit zwischen Silvia Wollny und Kalanta Wollny, der seit Wochen unter der Oberfläche schwelt, in der 18. Staffel der Scripted Reality-Doku thematisiert wird? Unklar! Die 23-Jährige hatte sich kürzlich auf Social Media zurückgemeldet und eine Reihe von Vorwürfen gegen verschiedene Familienmitglieder erhoben. Mama Silvia Wollny scheint sie vor allem übel zu nehmen, sie im Stich gelassen worden zu sein. Bis heute scheint sich das Duo um Kalantas Tochter Kataleja zu streiten. Das Kind habe sie seit 2021 nicht mehr gesehen, so die 23-Jährige verzweifelt. Kalanta Wollny und Silvia Wollny haben wieder Kontakt? Rückt das Treffen mit Püppi in greifbare Nähe? Das könnte sich bald ändern, denn wie Kalanta Wollny am späten Montagabend, 15. Januar 2024, in ihrer Insta-Story bekannt gab, bestehe endlich wieder Kontakt zu Mutter Silvia. Was hat sich in den letzten Tagen bei dir geändert? Hatte ein Follower oder eine Followerin bei ihr nachgehakt? Ich habe mit meiner Mutter gesprochen. Kontakt steht, so die überraschende Antwort. Die Kommunikation war laut Silvia Wollny eingestellt worden, nachdem Kalanta Wollny im Dezember 2023 erstmals eine Fragerunde auf dem Profil Kalanta Wollny 26 gestartet hatte. Offiziell bestätigt ist der Account nicht, wie Kalanta nun erklärt, weil der blaue Haken Geld koste. Was Kalanta Wollny in ihrer neuesten Fragerunde aber auch bestätigte, eine Gerichtsverhandlung. Nur welche? Immerhin geriet die Familie Wollny im Laufe der letzten Jahre häufiger mit dem Gesetz in Konflikt oder trug Streitereien vor Gericht aus. Wolltest du deinen Followern nicht mal erklären, wie es damals vor Gericht war? Wegen deiner Tochter, hatte ein Fan die Wollny-Aussteigerin erinnert. Nein. Das Grundlegende wisst ihr, so deren Antwort. Doch Wollny-Fans müssen immer wieder feststellen, dass ihnen sehr viele Informationen dazu fehlen, was im Hause Wollny tatsächlich vonstatten geht. Die Wollnys. Welche Gerichtsverhandlung ist gemeint? Bezieht sich Kalanta Wollny hier auf einen gerichtlichen Streit mit Silvia Wollny, bei dem es um die kleine Püppi ging? Schon lange Fragen fände sich, wer denn nun eigentlich das offizielle Sorgerecht für das Kind hat. Neuesten Spekulationen zufolge hat Silvia Wollny-Catalea sogar adoptiert. Unklar, möglich auch, dass sich Kalanta auf eine Verhandlung von 2019 bezieht, bei der ihr zur Last gelegt worden war, eine Nachbarin angegriffen und ihr vorgeworfen zu haben, ihren Instagram-Account gehackt zu haben. Auch ihr Partner Mason, der Vater der kleinen Püppi, soll daran beteiligt gewesen sein. Während er jedoch freigesprochen wurde, bekam Kalanta Wollny damals eine Verwarnung und 30 Stunden gemeinnützige Arbeit aufgebrummt. Schon 2017 war Kalanta Wollny wegen gefährlicher Körperverletzung zu zwei Wochen Jugendarrest verurteilt worden. Hat das etwas mit Püppi zu tun? Die kam nämlich am 21. Dezember 2018 auf die Welt, also bevor Kalanta und ihr Partner sich vor Gericht verantworten mussten. Wann genau es zu dem Konflikt mit der Nachbarin kam, ist jedoch offen. Fest steht jedenfalls, Kalanta Wollny könnte ihr Kind bald erstmals seit mehreren Jahren in die Arme schließen. Wirst du die Kleine bald wiedersehen? Hatte ein Fan in der neuesten Fragerunde nachgehakt. Es steht noch nicht fest, wann sie wieder in Deutschland ist. Sollte es also nur daran hängen. Silvia Wollny hatte bereits vor wenigen Tagen verkündet, noch ein wenig die Sonne in der Türkei genießen zu wollen. Denn bald geht's wieder ins kalte Deutschland. Ich bin ich sie in der Türkei genannt. Also gibt es den Klappen in der Türkei genannt. Vielen Dank.